Verbrauch den Scheiß doch nicht! Nein! Wo ist der Frosch jetzt? Irgendwie verliert schon wieder so viel. Ja, der ist nur noch bei 70 Prozent. Und damit herzlich willkommen! Dankeschön! Zurück zu Let's Play Ark Genesis Folge 4. Tiberius ist weiter mit dabei und wir wollten uns auf die Suche machen nach einem Tier zum C. Okay. Ja. Müssen wir mal gucken was. So, hier ist ein bisschen was fertig. Oh, hier ist ganz viel fertig. Ich stelle erst mal 30 Narko-Pfeile her. Müssen erst mal reichen. Nur 24, weil ich nicht mehr Pfeile habe. Egal, reicht. Dann habe ich auf jeden Fall schon fast über 40 Pfeile, das wird reichen. Wo ist der Frosch jetzt? Muss aufmachen. So, wir sind mittlerweile zwölf Metall durch. Das heißt, wir können uns jetzt auch gleich mal ne... So, wir nehmen mal das hier und ich habe jetzt auch schon eine Metallspitzhacke für dich. Sehr schön. Fernrohr stelle ich woher? In der Smithy, glaube ich. Ne, in der Hand. Ah, wahrscheinlich nicht. Und es reicht. Nice. Ah, ich habe auch gleich eins für dich gemacht. In der Werkbank findest du dein Fernrohr und deine Metallspitzhacke. Sehr schön. Ich komme sofort zurück. Oh, da ist ein Petan oder ein... So, Stein schmeiß ich weg. Ah ne, ist ein Demorphodon oder so. Ja. Mein Bogen. Ich baue mir am besten noch einen zweiten Bogen. Da ist auch S plus so gut. Gibt es auch ein Bow? Ne. Bogen. Zack, zack, zack. Vorbei. Sollte es nicht die Armbrust schon geben? Please, die Armbrust gibt es ja schon links. Aber die kostet ja wieder Metall. Und wir haben kein Rohmetall mehr. Okay, na gut. Machen wir erstmal einen Bogen. Das reicht. Das reicht. So, ich habe eigentlich genug dabei. Wir können eigentlich los. Ist das euer... fucking ernst? Jetzt mache ich noch mehr Schaden mit der Metallachst hier. Kommt doch her! Los! Please. Muss ich nicht angreifen. Jetzt. Digga, fast 200 Damage mit dem Metallachst. Easy. AP'st euch. Ja, hier sind zwei Schwärme. Oh. Ja, und ich erwisch die nicht oder was? Ah, jetzt. Okay, dann lass einfach erstmal in irgendeine Richtung gehen. Sofort. Ich brauchte grad noch ein paar Pfeile. Ah, ich seh das schon. Und wollte mal die ganzen Materialien, die ich im Inventar habe, rübergeben. Ja. So. Ich find's eigentlich ganz cool hier. Ich find's ein bisschen düster auf Dauer. Oh, wir haben da ein... ...ein Baryonyx. Riesengut. Level 100 sogar von Anfang. Keine Ahnung. Könnte man ja mal probieren. Ich weiß aber nicht, ob die sich durch... ...Bola. Würd gern meist mal 6 haben. Können Baryonyx so durch Bolas... ...gestoppt werden? Wir werden's rausfinden. Wir werden's rausfinden. Mann, verpisst euch. 280er Schwarm. Ja, moin. So, können wir... Mhm. So, hier in die Richtung war der Baryonyx. I'm ready. Der Baryonyx war hier jetzt auf der... Warum kann ich denn jetzt... Ach so, die Bolas werden noch hergestellt. Da ist er ja. Siehst du ihn schon auf der anderen Seite? Ich seh da einen Petri. Ja, hier genau im Wasser gerade. Ah, direkt voll hier im Wasser. Richtig. Oh, geil. Da ist ein... Level 190er Petri. Wollen wir nicht lieber den zähmen? Den kann man auch bolern. Wird auch parallel machen, ne? Ich schieß erst mal den... Ja, er bewegt sich natürlich direkt. Muss er erst mal treffen von hier. Oha, ja, ja, jawoll. Okay, Achtung, der kommt. Kommt der? Ja. Scheiße, ich hab keine Bolas im Inventar. Ja. Ich auch nicht. Der schützt. Wo ist denn der? Ja, ich muss ihn jetzt töten. Ne, warte, lass. Ich hab Buller. Jawoll, nicht getroffen. Ja, jetzt. Mein Junge, ich werde die ganze Zeit beim Sektenschwam genervt. Ja, er liegt. Ja, der liegt. Sehr nice. Was brauchen, der Fleisch? Der wurde schon ordentlich getagged, oder? Die Efficiency wird... Low sein. Ne, das ist halt der Damage, den ich ihm gemacht habe, bevor... Bevor er... Der wurde von dem Regenschwarm angegriffen. Warte eben? Mhm. So, das war der... Das war der Tod. Werden wir jetzt ja sehen. Wir haben ja eigentlich noch nicht mit dem Zehm angefangen, deswegen müssen wir es eigentlich passen. Also bald das zählt, ab dann, wenn der umgefallen ist. Der ist Fleisch, ne? Ich denke mal, ja. Ja. Wir sind komplett raus. Nur um das mal klarzustellen. Oh, ne. Der ist Bären. Dann gehen wir ja mal Mediobären. Voila. Hä? Die will er auch nicht? Kommt schon wieder so'n Scheiß. Hä, lol. Ich hab einfach 300 von diesen Währungen-Dinger da bekommen. Ey, Digga. Warum sind hier so viele? Ah ja, so. Ich hab keine Ahnung. Habe ich zufällig noch Dododex auf dem Handy? Ich hab's glaube ich noch. Schau mal. Ich hab's eigentlich nie gelöscht. Das ist doch. Easy. Ich muss ja jetzt nicht gucken, wie lang es zum Zehen braucht. Ich brauch halt nur... Äh, was war das? Das ist... Baryonyx. Ja, lol. Der braucht Fisch. GG. Fisch haben wir noch nicht. Aber da hinten ist ein Bezel-Buffer. Ein Frosch. Bringt aber leider kein... Naja, der... Wollte doch einen Frosch zähmen, meinetwegen. Nein. Einfach irgendwas wollte ich zähmen. Dann werden wir hier Fische jetzt finden. Ach, da ist Piranha, geil. Ja. Aha! 28 Fisch, easy. Da haben wir's doch. Der ist noch zur Hälfte, bewusstlos. So, hier hast du deinen Fisch. Toll. Toll. Alles klar. Äh. Hm. Mit dem Zehen scheint noch nicht so ganz fix zu sein, habe ich den Eindruck. Ist ja gerade mal bei 9, ach so, aber das liegt wahrscheinlich daran, weil Fisch richtig ineffizient ist bei dem. Naja, das ist richtig ineffizient bei dem. Der braucht eigentlich Prime-Fisch oder Kibble. Ja, kein Wunder. Ja gut, dann wundert's mich nicht. Ah, er ist jetzt bei 11% schon. Er ist doch relativ zackig. Braucht halt ein bisschen Narko, aber... Dann müsste er eigentlich schon ausgehören. Easy. Oh, da ist der Petri, lass uns den schnell zähmen. Jo, warte, ich schalte noch kurz den Sattel frei. Ich geb ihm noch mal kurz ein bisschen... Mach den Bola schnell. So, ich hab ihm ein paar Narko gegeben, sollte erstmal ein bisschen reichen. Wo ist denn der? Ach da. Direkt vorn. Achso, ja. Digga. Was ist denn du da? Was ist denn der für ein Level? Ah, da liegt er schon. Da liegt er schon. Man muss halt echt aufpassen, weil die Narko-Fälle machen ja jetzt auch übelst krassen Damage. Die brauchen Fleisch, ja. Da, dass wir kein Prime-Meat haben, dann müssen wir jetzt mal damit leben. Äh, ich geh noch mal auf den Store. So. 160er Frosch. Wollen wir? Mhm. Wo ist denn der? Leider, ja. Ja. Jo. Ich weiß nicht, wie viel Leben der hat. Ah, da ist er ja. Da ist er down. So, jetzt haben wir hier schon drei. Wo braucht der? Ist kalt. So, wo ist der? Ähm, warte, ich schau kurz. Der. Wir haben, wie heißt der? Der heißt Beezel Bufo. Der braucht, ja, Fleisch. Ich hab kein Fleisch mehr. Ach, kacke. Offenbar kann man den gar nicht mit normalem Fleisch ziehen. Du brauchst, du brauchst Raw Prime-Meat oder Raw-Mutton. Also dieses, äh, Hammelfleisch. Ah, naja. Du kannst es mal probieren. Vielleicht steht es einfach noch nicht drin, aber wenn es da nicht drin steht. Wo ist der Petri? Oh, der wacht gleich auf übrigens, ne? Ja. Ah, 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 ah. Ich hab mir erstmal ein paar Narko-Beeren jetzt gegeben. Ja, warte, ich hab hier auch, äh, Narko-Dick. So. Wie weit ist denn der? Der hat noch nichts gefressen? Oh, wo ist der Frosch da? Wie, der hat noch nichts gefressen. Achso, du hast ihm wahrscheinlich jetzt das Fleisch gegeben, oder? Hm, nö, es lag die ganze Zeit schon drin. Und der ist auch Fleisch. Ja, passt. Yo! Der ist in einer Minute, der ist in einer Sekunde wach, ne? Puh. Ja, ich hab auch keine Narko-Beeren mehr. Ja, ich hab's leider auch nicht. So, ich hab jetzt wieder ein paar Narkos. Schnell. Nein, der ist wieder wach. Nee, zu spät. Kacke! Wart euch, Bruder. Oh Mann, ey. Was denn jetzt schon wieder? Der, der leckt durch an. Daher, aber doch nicht die ganze Zeit. Doch. Das ist die Zunge. Ich hab noch mal ein paar Narko-Beeren. Der P-Trieb. Ja, wir brauchen mehr. Das reicht halt nicht. Ich hab Bock, dass hier alles schief geht. Wo liegt denn der? Hier. Das ist ja eine gute Sache. Der ist ja mega langsam. Und der kriegt doch nur 4%. Also, irgendwann hat das mit den Taming-Einstellungen noch nicht in Ordnung. Das müsste eigentlich viel schneller gehen. Gehen wir mal angucken dann. Der ist halt auch erst bei 27%. Aber ja, dann erst mal 3, ne? Also. Wir haben den Bälze. Diesel-Dings. Jawoll. Und den Pteranodon haben wir auch. Super. Wo ist denn jetzt der Frosch? Hä? Wo ist denn jetzt der Frosch? Wo ist denn jetzt der Frosch? Hä? Wo ist denn jetzt der Frosch? Ich hab den. Hey, wir haben den ja gar nicht zu Ende gezähmt. Hä? Easy. Wir haben den gar nicht bewusst los gehauen. Kannst du dann den Frosch ein bisschen überwachen? Mhm. Weil. Weil. Der ja doch recht schnell Narko verliert. So, der ist jetzt wieder down. Wieder ein bisschen Fleisch. Aber der verliert halt echt krass schnell. Also da musst du jetzt demnächst auch hin und den Level vielleicht ein bisschen hoch halten, ja? Ja. Ich bin jetzt schon da. Ich mach mich mal um die anderen. Weil der. Digga. Der Petri. Wir brauchen viel mehr Narko-Beeren. Ich sammle auch mal noch mal ein paar. Ja, das reicht da hinten und vorne nicht. Da müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen was hochstellen. Das sollte eigentlich gar nicht so lange dauern. Ob das so lange dauert? Die sind ja nicht mal High-Level. Also das dürfte gar nicht sein. Eigentlich ist eingestellt, dass die fünfmal so viel Essen verlieren müssten. Und dass die auch viel schneller sich zähmen lassen. Also das geht so nicht. Probable wieder 63 Narko-Beeren. Ich weiß ja nicht, ob es schlauer ist, schnell in die Basis zu rennen und damit wieder Narkotik zu besorgen. Das weiß ich auch nicht. Stego wäre halt nicht schlecht. Dann könnte man da richtig viele Narko-Beeren farmen. Ja. Oder ein Iguanodon. Ja, das auch. Das ist wenigstens schnell. Ich hasse Stegos. Ja, stimmt. Die sind ein bisschen arm. Oh, hier sind diese Narko-Beerenpflanzen. Nice, nice, nice. So, der Baryonyx hat es auch mal wieder nötig. Scheiße, der hat fast keinen Fisch mehr. Mist. Wir brauchen dringend... Ja, da ist ein Piranha. Nice. Wir brauchen dringend... Ja, da ist ein Piranha. Nice. Piranhas kommen zum Glück sehr schnell. In dem Fall können wir sie gut gebrauchen. Sonst sind sie einfach nur nervig. Wie ist der Fisch? Sollst du auf die Fisch aufpassen? Ja, ich musste Narkose-Beeren sammeln. Der ist wieder wach. Die schießen jetzt wieder K.O. Hunger! Ist er schon K.O. jetzt? Nee. Nee. Jetzt. So, und? Der K.O.? Er ist Unconscious, ja. Spaß. Echt, jetzt? Yes. Nein. Ja. Ciao, so. Mal gucken. Oh, irgendwas habe ich getroffen gerade. Ja, mich nicht. Dich nicht, aber... Ich glaube, dann habe ich den Schaden gemacht. Oh, Mann. Ja, wenn du dich da gerade... Verbrauch den Scheiß doch nicht! Nein! Wo ist der Frosch jetzt? Irgendwie der verliert schon wieder so viel. Ja, der ist noch bei... bei 70 Prozent. Ey, ich habe kein Fleisch mehr. Der hat mir immer ganzes Fleisch geklort. Ja, ich habe Fleisch. Ah, gut. Fleisch und 400 Narkosebären. Ja, behalte ihn im Auge, ich sammle mehr. So, das wenigstens fertig kriegen hier. Alle drei. Wäre schon nett. Oh, da oben ist ein Tapajara. Nee. Gut, da kommen wir sowieso erstmal nicht hin, aber... Nee, nee. Die... 190. Der 119er hier, der schmeckt schon. Wäre lecker. Du machst dich um den Frosch, ne? Ja, ja. Kacke. Och. Ja, ähm... Barionics braucht halt... Viel, viel mehr. Da werden wir uns auf jeden Fall in der nächsten Session nochmal ein bisschen was angucken zu, weil... die Einstellungen so noch nicht gehen. Please. So. Mehr Bären. Warum kriege ich immer so wenig Narko-Bären? Tausende von den anderen Bären hier. Aber dass jetzt eiskalt hier so still ist, ne? Wir müssen für den Narko-Bärenstrauch gehen. Zwei Narko-Bären. So, schnell, schnell, schnell! Narko-Bären, nochmal hier wieder ein paar... Da... Da... Barionics hält das halt nicht so lange. Das Ding... Weil er braucht noch viel mehr. Zum Glück viele Sträucher in der Nähe. Das ist das Gute daran. Man kann hier schön die ganze Map auseinander nehmen. Weil hier einfach alles aus Sträuchern ist. Ah, schön. Oh, der ist bei Taming 16%. Wer? Der... Ja, das geht... Das dauert alles viel zu langsam. Das... Das durfte nicht... Oh, das ist falsch. Verständlich habe ich den Regler wieder genau in die falsche Richtung gedreht. Der hat... Das ist aber schön, ne? Schön. Yes, yes. So... Das ist tatsächlich auch schon wieder fast vorbei. Ganz ehrlich... Guck jetzt mal... Hast du mal geguckt wegen... Mh... Wunder. Ich guck mal nach, ja. Ich guck mal nach, ja. Ich guck mal nach gerade, leider. Ach... Fuck you, der Frosch ist schon 25% fertig. Oh, der ist auch... Der ist auch richtig low, der Frosch, ne? Von dem Leben her. 43 Leben. Oh, ja. Hätte nicht ein Schuss mehr sein dürfen. Hätte nicht ein Schuss mehr sein dürfen. Ja, gut. Aber ich muss ihn ja auch viermal runterschießen. Naja. Also nochmal bitte nicht aufwachen lassen, sonst ist der erstmal weg. Sonst ist er schon tot. Und der Frosch ist schon ganz nice eigentlich. Oh, da hinten ist noch ein Frosch. Oh, den töt ich. Oh, das war ein 250er Frosch. Ich würde sagen, wir nehmen den auch. Ja. So, wir haben jetzt nochmal 75 Narkotik. Kommst du? Kommst du jetzt, du Flasche? Hey, Digga, ich kann die hier nicht... Wir können die hier nicht allein lassen. Ja, ich bin doch hier. Guck mal, da drüben ist der andere da. Ich kann schnell zwischen den hin und her rennen. Das ist kein Problem. Pumpt die alle nochmal richtig zu. Pumpt die voll. Oh, der kriegt mal richtige Fettdosis. Der hier, der lässt sich ja auch noch sehr viel Zeit. Der kriegt auch nochmal eine schöne Dosis. So, okay, auf. Oh, mein Bogen ist kaputt. Kann ich gar nicht reparieren. Nein, der ist am Wasser. Fuck. Hast du den jetzt im Wasser gebowlert? Nein, ich hab den gar nicht gebowlert. Ja, ja. So, Freunde. Wir machen kurzen Stopp. Die Folge ist vorbei. In der nächsten Folge führen wir das hier weiter. Ah, der ist ein Piranha. Und, ja. Warte mal. Kannst du den killen? Das Fleisch... Ja, der Fisch wäre gut für den Arionics. Ja, aber der Fisch... Oh, hier sind noch ein paar andere Piranhas. Ja, nein. Die bringen die Fischen mit. Können wir gut gebrauchen. 31. So, Freunde. In der nächsten Folge geht es weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Achten Sie auf Ihr Handgepäck. Tschüss. Tschüss. Tschüss.